Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Wir sind immer noch im oberen Kathedranenbezirk und wir wollen jetzt doch mal versuchen hier durchzukommen. Es wäre doch gelacht. Irgendwie muss der Scheißer gehen. So, die ignorieren wir. Wir gehen direkt zu dem Bobo hier oben. Yes. Nice. Jo. Gut, gehe ich wieder zurück. Alles klar. Gehe ich direkt meine... Alter, das ist so zum Kotzen, ne? Es ist so lächerlich. Oh. Ja, ja. So. Macht viel mehr Damage, ey. Das ist krass. Wir geben aber leider auch nicht so viel. Wow. Aber massisch ja klasse, ne? Massisch ja klasse, ja. 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 Haben wir einfach ein paar von denen, die wir töten. So. Ach, das macht gar nichts an Damage. Er ist richtig Läng. Und lächerlich. So, die sind alle tot. Sehr gut. 8500. So. So. Und zurück. Ach, nee. War mit einer, äh... Nein, ich sag mal, gefährdeten Waffen möchte ich da auch nicht langlaufen. Das ist nicht gut. Naja. Okay. Funktioniert nicht. Blut, Edelstein, Verstärkung. Ja, aber ich glaube, da habe ich auch nichts Besseres. Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich lasse das erstmal alles so. Und jetzt gehen wir quasi nochmal einkaufen. Ach, so. So. Jetzt könnte ich nochmal gucken, ob ich eventuell... O Flora, des Mondes, des Traumes, o ihr Kleinen, o flüchtiger Wille der Alten, beschützt die Jägerin, lasst sie Trost finden und lasst diesen Traum, ihren Entführer, ein schönes Erwachen vorhersagen. Mhm. Ich muss eingenicken. Was wünscht... Na, dann hast du im Schlaf gesprochen. Gute Jägerin. Ich spüre, Alter, echt. Das Ding ist auch, ey, ich habe schon lange nicht mehr gelevelt, ne? Sehr lange nicht. Ey, ganz ehrlich, was mache ich sonst mit dem Scheiß? Ich hole mir das jetzt einfach. Zehn Stück. Zehn Stück. Ähm. Ich habe noch andere Sachen, also so ist das nicht. Ich habe noch ein paar Sachen am Start. Jetzt habe ich zwar nur 5 Einsicht, aber rein theoretisch, ja, pff, ist das der Wayne? Ich kann einfach den Kack hier benutzen. Ah, ich habe wieder genug. Und? Weil es mich einfach mal interessiert. Ich habe das... Ach, das gibt zwei. Okay, ist jetzt auch nicht so viel. Das ist jetzt auch nicht so viel. So, ähm... Ist das hier? Ich hoffe, ja. Ich hoffe so. Ach, nee, ey. So, jetzt zurückgehen und dann hauen wir den allen auf die Fresse. Ja. Gut, gegen die macht keinen Sinn, weil... Ich mache den viel zu wenig Damage. Aber den Boy. Au. So. Am Arsch. Ich hasse das, ne? Da. Und nun... Stirb. Und dropp... Okay, er droppt einfach nichts. Auch gut. So. Schnell töten. Okay, warte mal. Habe ich eigentlich eine Fackel? Ja. Nee. So. Dann sehe ich auch ein bisschen was. Geil, ne? Gut, der latscht da hinten rum. Oh, jetzt muss ich die erstmal wieder irgendwie anlocken. Aber die kommen ja relativ gut und schnell hoch. Ach, guck mal. Scheiße. Da hat jemand meine Blutechos. Oh, jetzt nicht mehr. Alter, ganz ehrlich, ich gehe, glaube ich, nochmal zurück, ne? Hallo. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. Einfach, damit ich leveln kann. Weil ich habe schon eine Weile nicht mehr gelevelt und das wird mal Zeit, ey. Das ist ja cool. Können zaubern, die Boys. Alter, das gibt's nicht, ne? Ich meine, okay. Die liegen immer noch da. Hoffe ich. Oder einer von den Wölfen hat sie. Das ist also kein Problem. Alter, die machen aber auch einen Schaden. Das ist ekelhaft, ne? Richtig ekelhaft ist das. So. Mein Gott, jetzt muss es doch mal was werden hier. Warum klappt's nicht? Ganz ehrlich, ne? Das ist halt scheiße. Ja, ist klar, Alter. Ey, ganz ehrlich, drauf geschissen. Dann mache ich's halt so, ne? Aber immerhin gibt er mir die Blutfühle und zurück. Ein Blödsinn, ey. Hat die Ausdauer nicht ganz so gereicht. Ah, da liegen sie noch. Perfekt. Und wir machen's wieder so. Der kommt angerannt. Oh, es sind schon wieder zwei, ne? Egal, wir machen's einfach ganz cool. Naja, oder auch nicht. So. Nein. So. Einer tot. Der zweite auch. Okay. Das heißt, einer ist da noch. Da steht er. Ja, kommt. Ich sollte vielleicht weggehen. So, der darf mich jetzt nur nicht töten. Dann ist alles cool. Okay, ich hab mal ein kleines Problem. Ich treff ihn nicht. Doch, ich treff ihn schon. Ah, ist klar. Ach, da ist er. Ne, doch nicht. Okay, mit dem Einschlag kann ich nur nicht, dass ich's treffen. Mhm. So. Auch tot. Ey, ganz ehrlich, ich sollte jetzt nicht doof sein. Andererseits. Wieder zurück. Aber doch, ich muss das machen. Ich muss wenigstens ein Level versuchen. Also ein Level schaffe ich irgendwo maximal. Aber dann muss ich die wieder bekämpfen. Dann hab ich auch keinen. Ah, ich lauf einfach weiter. Scheiß drauf. Sagte er und starb. Oh, da ist noch einer. Nice. Jetzt muss ich natürlich schon irgendwie angelockt bekommen. Oder ich geh einfach hier lang. Aha. Hier ist ein schmaler, dunkler Gang. Oh, da ist so ein Vieh. Ey, da hab ich auch keinen Bock drauf, ne? Ah, ich hab mich gesehen, glaub ich. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Ja, ja, alles cool. Oh, der kommt jetzt hier hoch. Hier ist the place to be, um die zu töten. Aber er kommt nicht. Scheiße. Komm her. Komm. So. So. Mh, mh. Nicht gut. So, ein Schlag noch. Er ist tot. Obwohl die Viecher da, also die Wölfe gehen ja irgendwie, ne? Aber die, ne. Die gehen gar nicht. Ah, guck mal. Hier ist auch so ein... Ja, ich will jetzt nicht einfach hinterherpreschen, weil ich... Ehrlich gesagt nicht weiß, was auf mich zukommt, ne? Uuuuuh. Ich hör irgendwann... Oh Gott, nee. Okay, ganz ehrlich, ich kämpfe nur so. Kein Problem für mich. Oh nein. Das war ja richtig klug. Alter, war das klug, ne? Ich hab meine Waffe weggesteckt. Ich vollidiot. Ein bisschen dumm. Okay, da geht's hoch. Wenn's da hoch geht, dann versuche ich den anderen Weg. Gucken, was da passiert. Allerdings ist da wieder so ein Vieh, ey. Obwohl ja der Damage vom Stock so eingefahren um einiges höher ist. Mann. Oh, shit. Okay. Tot. Holen wir wieder die Fackel raus und gucken, ob hier noch was kommt. Also, es ist schon besser mit Fackel, aber es ist nicht top. Okay. Nö. Alles klar, wir gehen jetzt da hinten hoch. Die Treppe mal gucken, was da abgeht. Ich find die Stimmung ja schon sehr bedrückend, ne? Gerade. Schon nicht schlecht. So ein bisschen mehr Horror. Irgendwie. Okay, da geht's weiter, aber da geht's auch weiter. Scheiße. Oh, Gott. Kilometer langer Gang mit Items. Und da kommt so ein Spacken. Ich weiß ja nicht, ob der hier reinkommt. Wenn er nicht reinkommt, wäre perfekt. Okay, er kommt. Aber er ist tot. Okay, trotzdem vorsichtig weiterlaufen. Und ich bin noch ein bisschen leiser, weil ich versuche zu hören. Ob ich irgendwas höre. Okay, da ist eine Tür. Oh, nice. Das ist ein Schockcut. Das ist cool. Bringt mir allerdings jetzt auch nichts, um weiterzukommen. Also gehen wir hier weiter. Ungern. Aber wird noch nie, Alter. Nicht schon wieder. Ach, nee, 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 nee. Ach, du Scheiße. Na, da hab ich ja jetzt Bock drauf. Okay, weil da hab ich irgendwas zum Werfen dabei. Nö. Leider nicht, verdammt. Ach, nö. Oh, fuck, der lebt noch. Ich dachte, der ist tot. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich dachte, der ist tot. Oh, Gott. Baisenhausschlüssel, okay. Nice. Mal gucken, ob das alles war. Oder ob da noch einer ist. Oh, das ist die Tür auf der anderen Seite. Dann ist hier auch noch einer. Oder? Oh, da ist noch der, oh, da ist der andere Wolf. Nö, du, bleib mal da. Ach, doof, ne. Kommst gar nicht durch. Ja, die machen wir auch noch kaputt. Der nächste Shortcut. Nice. Puh. Okay, Türchen auf. Was ist das hier? Ach so. Oh, danke. Äh, very nett, ne? Und jetzt? Wie komme ich jetzt weiter? Na, obwohl, jetzt wäre vielleicht doch, äh, ratsam mal zurückzugehen. Ich habe jetzt die Shortcut, die Shortcut, aber ich will nicht, ey. Ganz ehrlich, weil das ist immer so nervig. Dann muss ich wieder gegen alle kämpfen. Und ich sage mal, schaut gerade hin oder her. Die Wölfe sind wieder da. Hier war eine Tür, die war geschlossen. Jetzt geht sie aber auf. Oh. Oh, 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 oh. Kann ich das? Nice. Sehr, sehr geil. Jetzt gehe ich zurück. Pure Erleichterung. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Shortcut und jetzt kann ich die alle umgehen. Das ist nice. Ach Gott, ey. Nein. Dahin. Wir nehmen auf jeden Fall das. Gucken mal, wie viel wir leveln können. Ah, ich muss was für... Ich brauche... Ach du Scheiße. 20.000. Okay, zwei Level könnte ich machen. Hm. Attribut, das GP bestimmt. Attribut, das Ausdaueresistenz. Ach, das macht Resistenzen? Aha. Attribut, das Kraft von QS-Kugeln. QS-Kugelwaffen bestimmt. Legt fest, ob du bestimmt... Ach so. Also Blutfärbung müsste man theoretisch auch hochbringen. Dann sind die Kugeln stärker. Ich verstehe. Nicht mal mal Leben. Alter, ich habe 20.000 übrig. Das reicht nicht. Das ist doof, ne? Ey, ganz ehrlich. Ich hole mir noch 10 Stück. Kugeln hole ich mir nicht. Nö, den Rest. Ich... Na, wenn ich schon mal hier bin, repariere ich mal eben meine Waffe. Das ist ja auch schon wieder kurz vor kaputt, ey. So, dann können wir nämlich wieder zurück hier hin. Und ich würde sogar sagen, ich beende dann die Folge an dieser Stelle. Ist mal ein bisschen kürzer. Aber warum nicht, ne? Mal gucken, was jetzt kommt. Das ist aber ein cooles Level-Design gewesen, fand ich. Sehr drückende Stimmung. Das ist schon cool gewesen. Ich bedanke mich jetzt aber bei euch. In der nächsten Folge geht es weiter. Und bis dahin, haut rein.